Hier präsentieren wir die 5 besten Router-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Asus RTN12E4.C Router. Dies zählt die preiswerte Router von Asus Computer. Dies ist der Asus RTN12E N300 Plug Diamond Router. Entwickelt für einen Wifi-Abdeckung, ca. 60 mm. Dieser Router ist zusätzlich verfügbar in einer Version für eine Fläche von 110 mm. In Bezug auf Preis ist letzteres entsprechend viel teurer als dieser Router. Der Asus Router bietet Ihnen kabelgebundenen Netzwerkverbindungen neben drahtlose LAN-Verbindungen zu entwickeln. Die beiden außen platzierte 5P-Antennen haben eine hohe Verstärkung, um sicherzustellen, dass das Versorgungsgebiet der DAS LAN ist größer als verschiedene andere Router. Nummer 4. TP-Link ACHO C50 Dualband LAN-Router. HRC 50 Router TP-Link ist ein Dualband-Kabellose LAN-Router zur Befestigung an Kabel, DSL, sowie Fieberoptik-Modems. Dieser Router funktioniert mit dem neuen 802.11a-C-Kriterium und stammt auch aus der neuen LAN-Generation. Vier externen, nicht abnehmbaren Antennen sorgen für noch mehr Auswahl und ein besseres Netzwerk. Mit der TP-Link Data-Up kann auch, sogar unterwegs diesen Router leicht zu handhaben und konfiguriert werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. TP-Link TLWR 841 NN300 LAN-Router. Dieser Router von AB ist ein 5 GHz sowie 450 Mbit S-Dual-LAN-Router, die Ihnen ermöglicht, sowohl LAN-Regelmäßigkeiten VDSL und ATSL nutzen, ATSL 2 Plus zur gleichen Zeit. Darüber hinaus die FRITZ. Box-Router unterstützt drahtlose Netz. Der Router von AB ist ein Festnetze-Wir Internet-Telefonanlage mit Voice-My und auch Fax-Dom-My und eine Deckbasis-Station, so viel wie 6 Schnur-Lusch-Telefone verknüpft werden können. Der Router hat zusätzlich Anschlüsse für ihr SDN und analoge Telefone. Nummer 2. Amfritz. Box 7490 LAN-AC-Plus-N-Router. Dieser Router bietet Ihnen mit einer Wiffelrate von 300 Mbit Schrägstrich S. Um es einfach auszudrücken, gibt diese Router Ihnen die Fähigkeit zu genießen oder herunterladen und installieren hochwertige Unterbrechen-Anwendungen wie Videostreaming. Die beiden Antennen erhöhen die Effizienz und Stabilität des LAN im Haus einiges. Die IP-Link-Router hat die Fähigkeit, nutzen IP-basierte Datenrate-Regler um anzugeben, welcher Computer zugeteilt werden muss, welche Informationen preis. Darüber hinaus können Sie herausfinden, welche Tools dürfen mit dem Netzwerk verbinden und auch die bürgerlichen Freiheiten Ihrer Kinder zu begrenzen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Amfritz. Box 7590 High-End LAN-AC-Plus-N-Router. Dieser Router von Amfritz stammt und bringt auch den Namen Amfritz. Box 7590 und nutzt Sie alle Arten von Funktionen. Es ist ein Premium LAN-AC-Plus-N-Router basierend auf Multi-User-Mimo. Betreibt alle gleichzeitig mit 5 GHz sowie 800 Mbit sowie Wi-Fi-Erhältnis. Die Fritz. Box ist eine Telefonanlage für Festnetz und auch net mit integrierten FIS-Mai und Fax-to-Mai. Darüber hinaus können bis zu 6 schnurlose Telefone mit der Amfritz verbunden sein. Box. Darüber hinaus hat der Router Ports für Analog- und ISDN-Telefone, so Sie nicht brandneue Handys zu kaufen, wenn dieser Router umrüsten müssen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.